Ja, Marchemann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored, wie immer fränkisch. Schauen wir mal, ob das hier ist. Das sieht schon mal düster aus. Stark, very dark. What's going on here? Ich suche meinen kleinen Jungen. Es geht ihm nicht gut und ich bin hier runtergefallen. Mein Bein ist verletzt. Hallo? Sie sind doch kein Beiner, oder? Ja klar, aber du bist eine. Ich glaube, ich kann gehen, wenn sie mir hochhelfen. Nein? Schwester, wir blüten. Oh! Blut, blut dafür und heute Nacht brennst du für Asche. Ich werde dir die Eingeweide rausreißen. Mach ihn fertig, Schwester. Au, au, au. Eiei. Oh, da ist noch eine. Habe ich noch einen? Oh, nee, ich habe keinen mehr. Was ist das? Shit. Shit, shit, shit. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Komm raus, mein Lieber. Es ist zwecklos. Komm jetzt raus. Ich will deine Augen. Yay. Ich glaube, ich habe keine besiegt. Was bist denn du? Delilah? Delilah? Ich kenne das Zeichen auf ihrer Hand. Genau wie das meine. Ich kenne ihre Fähigkeiten, aber die spielen keine Rolle. Vier Auserwählte. Doch nur eine wird in Erinnerung bleiben. Delilah. Wenn man sich überhaupt an uns erinnert. What the fuck? What's going on? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, no. Ratten. Habe ich da irgendwas um... Ha. Hat er gut geklappt. Mistige Rattenviecher. Was liegt da? Töbungsbolzen. Okay. Ein Knochen-Artefakt. C. Erlittener Schaden wird reduziert. Gesamte Wege... Nee, 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 nee. Das lohnt sich nicht. Okay. Er hat uns da ist. Ist hier noch was? Okay. Oh, habe ich die jetzt... Naja. Ich dachte, ich hätte alle bewusst Lust gemacht. Jetzt habe ich da wirklich eine getötet. Ist ja blöd. Was soll ich denn damit jetzt hier? Und wo geht's hier hin? Ah, da... Da liegt doch noch was. Und wo geht's hier hoch? Ach, komm. Stell dir das nicht wieder an. Ah. Ach, da komme ich her. Okay. War jetzt hier noch was? Da drüben. Ach, und da oben. War das ja, was da geht? Hat es hier noch an das Wasser nicht beläuft? Bla 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 bla. Psst. Und da ist irgendwie... Was ist denn das? Okay. Ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Weg. Aber das ist ja hier. Ganz schön mächtig. Ach, jetzt bin ich hier. Ich bin hier. Alles klar. Den brauchst du jetzt nicht mehr. Noch einen Schraubenschlüssel besorgen? Aha. Ochsen rauschen können... Die Menge steht auf Rot. Was hat das jetzt aktualisiert? Aha. Da war doch auch noch irgendwas vorhin. Ja. Okay. Aber da drüben war halt auch noch ein Weg. Da hätte ich halt auch noch ganz schön hingeguckt. Irgendwie. Oh naja. Jetzt schauen wir mal hier. Ob das so ist. Aha. Da ist doch... Nee. Okay. Noch ein Artefakt. Blutochsen hat's. Dein maximales Mana wird leicht erhöht. Oh, das brauch ich. Schauen wir mal. Hier, weiter schneller schwingen. Das brauch ich doch fast nie. Was ist denn da? Komm ich da... Komm ich da nach oben? Irgendwie? Nee. Okay. 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 Main Pumping Station. Schauen wir mal da hoch. Oh, da ist was. Delilah will uns bestimmt aus dem Weg wollen, wenn wir ritualfertigen vorbei. Warum? Denk mal nach. Sind das Hexen? Angst vor uns. Wenn der Wandel kommt, will sie nur die schwächeren Schwestern um sich haben. Das ergibt keinen Sinn. Delilah gibt uns unsere Kraft. Ohne sie würden wir im Mondlicht tanzen und Dummheiten machen. Du musst dich irren. Und warum hat sie uns dann hergeschickt? Ihnen direkt entgegen. Ich wünschte mir, dass ihr schon da wäre. Oh. Oh. Alter. Pfui. Das ist ein Weiner. Okay. Ach komm schon. Bäh. Ich will da hoch. Na gut. Die muss ich mit dem Betäubungspfeil ausschalten. Bäh. Du wirst leiden, wenn ich dich kriege. Wieso haben die mich jetzt gesehen? Oh nein. Du wirst leiden, wenn ich dich kriege. Ich nehme doch Betäubung. Ach, ich nehme keine Betäubungspfeile. Alles klar. Das erklärt einiges. Okay. Okay. Nichtsdestotrotz. Ich habe es irgendwie überlebt. Da unten sind lauter Weiner. Vier Stück. So viel Betäubungspfeile habe ich nicht. Oh jeje. Da ist eine Rune. Oh. Wie komme ich zu der? Oh. Und die wissen, wo ich bin? Oh. Okay. Äh. Letzte mit der Pistole dann halt. Au. Es tut mir jetzt sehr leid. Um die ganzen Weiner. Aha. Danger, danger. Stay out. Da komme ich nicht durch. Und die Lade, was jetzt ist? Die Lade ist beinahe abgeflogen. Aha. Da brauche ich jetzt also so einen Öltank. Oh shit. Ratten. Ratten. Erschwindet, ihr Ratten. Der Chaosfaktor nimmt zu. Er nimmt zu. Ähm. Wie? Komme ich jetzt? Ah ja. Okay. Es geht. Oder war das Kabel unten? Es war eh unten. Okay. So. Wow. Okay. Okay. Hallo? Bist du ein Weiner? Meiner Leiche. Oh. Ah. Nein. Es ist nicht leicht. Nicht mal ansatzweise. Du bist außergewöhnlich klug. Ihr Zirkel wächst. Und sie führt und geht allen voran. Die Welt verändert sich. Und die Leila hat einen Plan. Du auch, Daud? Nein. Ich rede nicht von einer gestohlenen Zündspule. Oder einem gelungenen Attentat. Du begibst dich flussaufwärts. Und ich glaube, du wirst es schaffen. Aber was erwartet dich dort? Ihr habt keine Ahnung. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Okay. Drei Runen kostet das. Da warten wir mal. So. Ich seh nichts mehr. Okay. Joop. Mhm. Gut. Wo geht's hier hin? Achso. Das war quasi der Weg. Alles klar. Alles klar. Ist das hier auch ein Weg? Man weiß es ja heutzutage nicht. Nein. Natürlich nicht. Der Hans da ist. Da liegt noch was Grünes. Da liegt noch was Grünes. Der Hans da ist. Ah. Ventilschlüssel. Den brauche ich bestimmt für irgendwas. Für was auch immer. Okay. Sammel, sammel, sammel. Ich glaube, ich muss nach da. Spontan glaube ich, dass ich da hin muss. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier überhaupt zu tue. Ich weiß nicht, was ich hier überhaupt zu tue. Äh. Ja. Ja. Ja, und nun. Was mache ich hier denn überhaupt? Was zur Hölle tue ich hier? Na guck an. Damit sollte das Wasser wieder fließen. Ja und nun? Wow. Scheiß Ratten. Okay, jetzt fließt das Wasser wieder und das bringt mir jetzt was? Wo muss ich denn hin? Das Wasser fließt wieder. Und jetzt? Was bringt mir es? Was bringt mir es? Moment, ich nehme gleich den anderen. Bevor ich jetzt da wieder übers Haus und so. Kann ich doch auch gleich. Warte mal, ich kann vor allem nochmal einen Heiltrank noch. Ja, zur Nähfabrik bitte. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt hier war. Habe ich jemals den Auftrag dazu bekommen, hier hinzugehen? Aber, ah ja. Da soll ich jetzt wohl hin. Äh, ja. Gehen wir da halt mal hin. Wenn ich da hin soll. Nix, du böses, fieses Blitzgerät. Mich kriegst du nicht. Hier ist auch noch alles tot. Ist ja alles wunderbar. Wie schön ich das gemacht habe. Ich bin begeistert von mir selbst. Von meiner Methode hier vorzugehen. Also, zum Flussufer. Und ihr seid ja noch nett, ne? Zu mir. Ich brauche die Zündspule an. Mach mal. Machen wir. Bitte. Lissi. Lissi, lass mich mal durch. Mit ihnen kommt nie Langeweile auf, Daut. Okay. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.